Die Linie ist Major Wallace. Wir haben eine Schutzzone um das Stadtzentrum errichtet. Es ist lebenswichtig, dass Artemis diese Linie nicht durchbricht. Wenn sich der Feind zu lange hinter uns auf Linien aufhält, ist unsere Verteidigung gefährdet. Verstärkung ist auf dem Weg, aber bis sie ankommt, stehen nur wir zwischen Artemis und unserer Hauptstadt. Unterstützen Sie die Bodengruppe, mit denen Sie feindler angreifen, wie auf die Zone vorrücken. Aber achten Sie auf feindliche Jäger! Schwarm-Hawks bestätigt, Sir. Wir halten die Linien. Ist der Präsident sicher? Das wissen wir nicht. Zu Beginn des Angriffs haben wir den Kontakt verloren. Schwarm-Hawks bereit! Ziel wurde für Schwarm-Hawks. Ich ordere eine große Zahl von Transporter mit Jäger-Escorte, die sich dem Stadtzentrum nähern. Sie laden Panzer und Infanterina unserer Verteidigungslinien ab. Wir sehen Sie! Was ist mit der Verstärkung? Ein AVAX-Flieger und Jäger sind auf dem Weg von Edwards. Bis dahin müssen Sie uns alle Hilfe geben, die Sie können. Bis unsere Verstärkung eintrifft, müssen Sie einen Durchbruch des Feindes verhindern. Ihr Top-Hand. Verstärkung in Position in sieben Minuten. Sondersturz 2. Klingt gut. Feindliche Transporter setzen Panzer vor der Stadt ab. Verstanden, Frau Wettbewerb. Ziel ist das schön. Ziel aufgeschaltet. Einweist ist weniger. Guter Schuss-Schwarm-Führer. Ich sehe mehrere Abschüsse-Schwarm-Führende. Feindtransporter setzen Panzer nahe der Schutzenzone ab. Bedenken Sie, dass die Panzer schon auf dem Weg nach unten erfassen können. Verstanden, Top-Hand. Wir kümmern uns darum. Bestätigt, Talon. Ich decke dich. Gehen wir fahren. Ziel in Schutz, sei es. Arnte Missgruppen, komm näher. Schnell, Hawks. Ohne Sie haben wir keine Chance. Verstanden, Sir. Wir sind bereit. Waffe aufgeschaltet. Seht nach mehreren Treffern beim letzten Überflug aus. Sauber. Verstärkung in fünf Minuten in Position. Verfehlt. Vorbei, vorbei. Guter Schwarm-Führer. Melle Trotzkehl. Guter Start. Verfolgung aktiv. Ein Abschuss. Sauber Erfass. Sauber Erfass.